Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Schwingenstein Fisch und Feinkost ist der Geheimtipp für Genießer in Augsburg. Neben der hausgemachten Fischsuppe, die sowohl Einheimische als auch Besucher zum Verweilen einlädt, finden die Kunden hier eine große Auswahl an frischem, meist grätenlosem Fisch. Des Weiteren werden Thunfisch und Lachs in Sushi-Qualität, Kaviar, Feinkost-Salat-Variationen sowie 500 verschiedene Fischkonserven-Spezialitäten geboten. Auf der Suche nach einer besonderen Köstlichkeit? Dann werden sie vom Balek-Lachs, einem Räucherlachs nach exklusiver Rezeptur des russischen Zaren, begeistert sein. Besonders beliebt sind zudem die Geschenkkörbe für jeden Anlass. Sämtliche Thekenware wird gern vor Ort zubereitet und kann im Geschäft oder Gastgarten verzehrt werden. Wechselnde Tagesspeisen sowie eine große Auswahl an Sekt, Champagner und erlesenen Weinen kompletieren das reichhaltige Angebot gekonnt. Schwingenstein Fisch und Feinkost – Genuss vom Feinsten! Schwingenstein Fisch und Feinkost – Genuss vom Feinsten! Schwingenstein Fisch und Feinkost – Genuss vom Feinsten!